Herzlich Willkommen auf CONSUTEC In diesem Video geht es um die besten Holzkohlegrills. Der Qualitätssieger in unserem Holzkohlegrill-Test geht an den Taino Hero Barbecue. Der Smoker besitzt eine XL-Grillfläche ca. 57 x 42 cm mit porzellanbeschichteten Grillrosten und einer zusätzlichen Warmhaltezone. Dank seiner Kurbel für das Kohlenrost lässt sich die Temperatur zuverlässig regulieren und kann mithilfe des integrierten Thermometers unkompliziert abgelesen werden. Bei geschlossenen Deckel können Sie wunderbar smoken oder indirekt grillen. Zwei regelbare Ventile ermöglichen eine optimale Luftzufuhr. Dank der klappbaren Seitentische lässt sich der Holzkohlegrill platzsparend lagern und sorgt auch auf dem Balkon für großes Grillvergnügen. Die Seitentische verfügen über praktische Hakenleisten, an welchen nicht nur Grillbesteck, sondern auch Küchentücher Platz finden. Zwei große Rollen sorgen für einen sicheren Stand und Mobilität, auch auf Rasen. Ihr Getränk kann dank des Flaschenöffners bereits während des Grillens genossen werden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Kesser Holzkohlegrill. Dank des integrierten Flaschenöffners sind gesellige Abende bei einer kalten Flasche Bier an heißen Sommertagen. Von frisch gegrillten Rostbratwürstchen und Gemüsevariationen bis hin zu saftigen Rindersteaks, ermöglicht der Grill sowohl an heißen Sommertagen als auch an kalten Wintertagen ein unvergessliches Grillerlebnis. Professionelle und multifunktionale Eigenschaften wie die speziellen Lüftungsöffnungen, zwei Rollen aus hochwertigem Kunststoff sowie einem leichtgängigen Deckel für eine indirekte Grillmethode zeichnen diesen Grill aus. Für die perfekte Grillhöhe sorgt die robuste und höhenverstellbare Kurbel. Durch das Rost-in-Rost-System kann jeder Grillwunsch individuell erfüllt werden. Dadurch sind sie auf ihrer Party ein wahrer Grillmeister. Der hitzebeständige Griff aus einem hochwertigen Material lässt den Grill angenehm öffnen und schließen. Anders als ein üblicher Gartengrill sorgt unser Grill für ein flexibles und ortsunabhängiges Grillerlebnis. Egal ob auf Balkon, Rasen oder auf der Terrasse ein hochwertiger Haltegriff und die beiden Rollen unter dem Grill sorgen für einen mobilen Campinggrill. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Holzkohle-Grill-Test ist der Tepro-Holzkohle-Grill. Ein Garant für gelungene und gesellige Abende sind frisch gegrillte Rostbratwürstchen und der Duft nach saftigen Nackensteaks. Nicht nur bei warmen Sommertemperaturen, sondern auch bei Glühweinwetter, haben sie mit dem Wagengrill Toronto Click echtes Grillvergnügen. Zudem eignet er sich auch für spontane Grillfeste. Sein patentiertes Design ermöglicht einen einfachen und schnellen Aufbau in nur 30 Minuten. Spezielle Lüftungsöffnungen sorgen während des Grillvorgangs für eine ausgeglichene Luftzirkulation und verhindern das Erlöschen der Kohle bei geschlossenem Deckel. Der Toronto Click ist deshalb so praktisch und vorteilhaft, weil er auf der einen Seite über Rollen verfügt. Dadurch ermöglicht er flexiblen Grillspaß. Durch den leichtgängigen Deckel steht auch der indirekten Grillmethode, bei der das Grillgut im geschlossenen Raum liegt und nicht direkt über der glühenden Kohle platziert ist, nichts im Wege. Dank des intelligenten Rost-in-Rost-Systems, welches nahezu unbegrenzt erweiterbar ist, kann jeder Grillwunsch erfüllt. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.